hallo zu einem neuen video von mir heute möchte ich mal über alemik den importer von unity alemik sprechen und des weiteren den lightwave also den mesh cage modifier der hier zu sehen ist wenn ich in objekt mode hier ist es dieser mesh cage und was man damit machen kann hier ein plan da das möchte ich kurz ansprechen gibt ein paar ganz gute verwendung für zeigt auch mal zwei ein blog von unity oder es verwendet wurden ist und hier habe ich mal eine szene vorbereitet mit einfach hier im charakter den charakter habe ich mir von mc human erstellen lassen von diesem freeware tool und habe es mir auch den initial rick von mc human erstellen lassen und dann zusätzlich hier habe ich noch etwas habe hinzugefügt also habe uns und genauso für die brust und für das gesäß habe ich noch einige bei uns hinzugefügt und des weiteren verwende ich auch oder probiere ich gerade mal dieses wickel bohnen so aus das ist eine animation eine nette und blende um eben ich sag mal physik der wohns also jiggle also es hin und her wackeln von von brüsten oder von den haaren oder generell auch von anderen sachen zu simulieren und das kann man einfach in sich runter laden muss einfach mal googeln blender wickel bohns und da kann man das auch verwenden und das weiterhin habe ich die haare hier mal so angelegt habe ich spreche es mal über die haare die sind einfach hier eben in vier verschiedene bondstränge pro seite aufgeteilt und die unteren muss mal in den pause mode gehen und sieht man dass hier ist also wenn man das addon installiert hat dann gibt es eben zwei einstellungen zum einen ist es die wickel ziehen die muss man dann anticken damit man eben das ist wickel bohns addon verwenden kann und des weiteren muss man die bohns die man eben als wickel bohn verwenden möchte auch hier anticken als wickel bohnen alle bohns bekommen eben diese dieses untermenü und hier kann man dann einstellen ob das eben wickel bohnen ist oder nicht also ich habe jetzt hier mal so gemacht dass die letzten beiden von den haaren eben wickel bohnen dann einige einstellungen gemacht das ist aber jetzt nicht eigentlich nicht das thema sondern das ist einfach nur ein tester den ich gerade jetzt hier mache und dann habe ich eben gerade dieses addon verwendet und um es zu verstehen möchte ich einfach nur mal kurz erwähnt haben dass ich das verwende und wenn man das wenn man jetzt die animation statt dann sieht man eben dass die haare sich ein wenig bewegen genauso hier die brüste und ja was macht eben dieses wickel bohnen ist es gibt auch noch gibt da noch andere tools die sowas so was simulieren können ich habe das jetzt einmal ausprobiert aber um was es eigentlich geht ist diese animation die hier jetzt die jetzt geladen ist ich kann die animation einfach mal laufen lassen charakter läuft einfach vor und wieder zurück zu seinem ausgangspunkt und man sieht dass die haare etwas stark nach hinten fliegen es war ein starker wind aber das ist die animation das geht beim mesh cage wird jetzt einfach diese animation auf einen mesh übertragen was man ausgewählt hat eben auf die matches die mit dem bonus involviert sind und dazu kann ich einfach mal bin ja schon im objekt modus gehe einfach mal hier auf die haare und die an jemals muss sehen dass die animation eben geladen ist hier wenn man vorgeht dass das eben animiert ist und das sieht man ja auch in dem nonlinear animation editor und dann kann man einfach auf fall gehen man muss das was man die animation die man tragen müssen auf das objekt das muss man angeklickt lassen dann auf file export und lightwave point cage mdd anklicken hier um das euch mal zu zeigen hier hatte ich schon mal ein paar tests gemacht das nenne ich jetzt einfach mal her animation und exportiere das mal dauert einen kleinen moment wenn ich ein mdd file nun exportiert habe kann ich zum beispiel das haar nehmen ich dupliziere das jetzt hier einfach mal und macht dann mit alt p clear print und kann das jemand weg machen das nicht gedacht dass man die scene collection und dann weg machen und dann habe ich eben hier nur dieses haar ohne bones nur das mesh objekt und kann hier den modifier verwenden mesh cage und eben auf das file verweisen dass ich eben gespeichert habe das ist unter mdd animation herr animation mesh das kann ich dann einfach laden in diesen modifier und nun hat mich einfach bewegt sich eben wie die bonn sich gewählt bewegt haben und ja man kann das dann eben auf die bewegung auf den mesh übertragen dafür ist das da des weiteren kann man dann dieses objekt ist nun verwenden und zum beispiel auch in unity mit alembic importieren dazu kann man einfach mal hier ich sehe es gerade mal auf export gehen und dann auf alembic dann kommt hier auch eine eine auswahl wo man das hin speichern möchte ich das jetzt einfach mal und exportiere das und dann kann ich das in unity mit alembic importieren und das zeige ich gleich so ich habe mal hier unity gestartet mit einer kleinen szene die aber jetzt eigentlich interessant ist sondern es geht um alembic um alembic in unity verwenden zu können muss man in den package manager eben dieses package installieren eben dieses alembic package dauert einen kleinen moment bis die packages geladen sind also hier ist alembic das muss man sich über den windows package manager eben runterladen muss man einfach mal suchen nach alembic und dann eben installieren ich habe das eben hier schon installiert aber das braucht man eben um in unity alembic verwenden zu können wer nicht genau weiß was alembic ist ich kenne mich den details auch nicht aus aber dem sei vielleicht die eine oder andere seite ans herz gelegt hier die seit jetzt nicht das ist jetzt gerade die 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 dokumentation von dem mdd nicht wirklich viel aber es ging auch nur um fallen export eigentlich geht es hier um den unity block den da kann man zum beispiel auch fahren was man mit alembic alles machen kann warum es auch blende gibt wofür und worte war und des weiteren seit dieser seite noch ans herz gelegt wenn man sich mehr darüber informieren müssen was alembic überhaupt ist und was es macht und welche technischen details hat man kann sich glaube ich auch den source kettner anschauen wenn man dann auch so tief in die materie eintauschen möchte ein doch wenn ich nicht vergesse werde ich die die description im video beschreibung hinterlegen die links nicht die description die links im video beschreibung hinterlegen ansonsten werde ich jetzt einfach mal das alembic file das ich exportiert hatte importieren dazu rufe ich mir einfach mal mein explorer auf wo in dem das fall hinterlegt ist dass ich mit blender exportiert habe hier vor allem weg und das werde ich jetzt einfach in das projekt hier ziehen und hier habe ich schon mal anderen test gemacht das ist wieder ein ding weg hier das ist einfach per track and drop hier reinziehen und dann kann man hier noch ein paar import einstellung machen generell mache ich immer das weg und soll importiert werden und den scalefaktor habe ich jetzt hier mal auf 1,5 festgelegt und daher werde ich es jetzt einfach mal importieren hat auch schon gemacht das kann ich jetzt einfach auch in die szene rein importieren dann sieht man dass es noch keine keine materialien hat wenn man das eben hier hat wo man dann auch indem man auch wenn man das jetzt hier zum beispiel in prefabs hier rein ziehen würde dann kann man auch ein pferd bestellen aber was ich eigentlich zeigen wollte ist die art und weise wie man hier die materialien hinterlegt ich habe hier ja schon materiale von einem anderen von dem importierten charakter in unity gehabt von einem anderen video und daher brauche ich einfach nur die haare hier rein ziehen und dann ist es auch das material da gut das ist jetzt ein alembic und was kann man jetzt damit machen wenn man dass ich das hier anschaut dann hat es hier ein alembic stream player skript und wenn man eben diesen slider bewegt dann sieht man wie sich das haar auch eben bewegt hier sieht man auch ganz schön wie wie also hier wie das haar nach hinten fliegt deswegen wollte ich das auch ein bisschen extremer zeigen und das haar eben etwas mehr vom wind verwehen lassen gut also das ist dieses simple aber was kann man jetzt eigentlich noch damit machen wenn man es nicht mit richtig animieren kann was soll das man kann eben jetzt einfach eine animation erstellen was ich auch noch zeigen wollte war die dokumentation von unity über dieses package hier kann man sich auch noch mal informieren ich kann jetzt einfach mal aus diesem alembic das hier eben hinterlegt ist also hier diesem stream player kann ich hier aus dem auf windows gehen und dann auf animation hier und neuen animation clip kreieren ich hatte eben schon mal kurz getestet ja möchte ich ersetzen und dann muss ich einfach das property nehmen von dem alembic stream player das current time hinzufügen und natürlich passt jetzt die zeit nicht so ganz generell ist es jetzt erstmal so hier mit der zeit wird eben dann auch also teil zeit geht eben von sind zehn player eben vorher geht von eben diesen 6,25 sekunden auf null also sind es 6,25 sekunden die diese animation abgespielt wird also muss ich die animation hier eben auch entsprechend einstellen ich habe das jetzt hier schon mal gemacht bin hier auf 6,25 und das ist dann eben auch der endpunkt und wenn man sich das eben anschaut also hier von 0 bis 6,25 geht das neben dann und kann man einfach mal jetzt laufen lassen ich mache so ein bisschen kleiner und wenn ich auf play drücke dann sieht man eben wie einfach sich das haar bewegt damit kann man natürlich wunderbare effekte wie geister oder auch das nur dass die kleidung läuft in einem spiel rein platzieren aber man kann auch viel viele andere sachen damit machen ist auf jeden fall auch eine gute möglichkeit um animationen zu machen hat auch ein performance vorteil in den vielen fällen ja ist eben eine gute technische komponente die man hier verwenden kann ich kann es auch noch mal zeigen ich habe das mal mit dem close gemacht vorher dieses close das war das war nämlich physik animiert und genauso habe ich jetzt kein material habe ich jetzt mal nicht dran gemacht und genauso funktioniert animationen habe ich jetzt noch nicht hinterlegt aber somit kann man eben zum beispiel auch jemanden als unsichtbar erscheinen lassen in einem spiel oder in einer animation wofür man das machen möchte oder einfach nur zum spaß ja das ist also alembic und mit mit unity man kann sich da sehr einlassen das war jetzt nur mal ein kurzer überblick dass man eben das verwenden kann wie man das verwenden kann und dass das eine ganz gute geschichte ist okay war ein kurzes tutorial diesmal und vielleicht bis zum nächsten mal ich werde wie üblich die sachen versuchen noch zu übersetzen ich habe noch einiges aufzuarbeiten aber gut also bis demnächst